So nun kommt erneut die Tore Tingelei diesmal aber mit dem schwarzen Shy Guy das hat sich sogar gereimt so auf geht's durch die Tore so ist das eine schöne Atmosphäre so da springen die Fische hin und her das erfreut mein Herz sehr okay schwer ist was anderes da war eben schwerer fand ich mit Daisy und geschafft 36 Ringe so Tada ah ah